Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Mein Dad? Captain, ich könnte mich dem Planeten nähern, um Commander Sisko ausfindig zu machen Einverstanden, Sie haben 10 Minuten, dann verschwinden Sie hier Feindliche Schiffe in Reichweite, klar zum Feuern, Captain Es beginnt Break-Formation, Angriffsposition Delta Sie kommen Schadensmeldungen von Index 458 und 17 Außerdem ein Plasma-Leg an unserer Backboard-Antriebskondel Beschäftigen Sie unsere Reparaturtipps Meister Kio und Shuttle-Piloten Sie verwenden modifizierte Phasen-Poleron-Beams zum Durchdringen unserer Schilde Haben Sie schon versucht, alle Frequenzen zu kompensieren? Wir haben das ganze Spektrum eingesetzt, keine der Frequenzen hat gewirkt Volle Schildenergie auf die Waffen lenken Wir geben O'Brien noch 5 Minuten, dann verschwinden wir von ihr Verstanden Dex, wir müssen etwas für die Odyssee tun Wir sind dabei Beachtung Meine Steuerung versagt Ausfall aller Sensoren Brechen Sie Abmeckung, versuchen Sie Ausweichmanöver, Sie kriegen von uns Feuerschutz Verstanden Rio Grande an Odyssee, wir hatten Sisko Sehr gut, G Reparaturteam nach Deck 7, Ausfall des taktischen Kontrollsystems Wir brauchen alle Energie für die Phaser Brücke an Maschinenraum, beseitigt das Leck an der Antriebskondel Kaiser Kio an Shuttle-Piloten, wir haben unsere Mission erfüllt Wir ziehen uns zurück, bevor wir... Ihr Kommunikationssystem ist ausgefallen Kira, Dex, das gilt auch für uns, verschwinden wir hier Major in Gemma Darschiff nimmt direkten Kurs auf die Odyssee Gehen Sie auf Abfangkurs Gehen Sie auf die Odyssee Untertitelung des ZDF, 2020